Das ist Lucefers Baum. Der Tote. Dieser hier. Jetzt ist er tot, aber damals war noch alles okay. Es ist, dass Lucefers Baum gebeten hat. Ja. Und mein Baum ist dort drüben. Da werden wir später hingehen. Und ich wartete auf Gott dort. Und Lucefers wartete hier. Das sieht auch wild aus. Und davor war noch alles da an diesem Baum. Aber an dem Tag, an dem er das verlassen hat, ist alles von diesem Baum abgestorben. Wenn ihr gerne nahe gehen wollt, könnt ihr rangehen und fühlen. Ihr könnt auch den Baum anfassen, damit ihr die Energie führen könnt. Wenn sie nur auf den Kasten sehen könnt. Wenn sie nur die Kasten sehen kann. Wenn sie nur auf den Kasten sehen können. Wenn sie nur die Kasten sehen können. Warte?